Ich habe gerade zu dir gesagt, lassen Sie es sagen, hören Sie den Song dieser Sternmotoren. Das ist besser als jeder Kommentar. Aber es bleibt ja nichts mehr so übrig. Sie müssen ja um Informationen versorgt werden zu den jetzt startenden zwei Flugzeugen. Es ist eine B-25 gerade gestartet, ein mittlerer Rumba, der in den USA entwickelt wurde während des Zweiten Weltkrieges. Und er wird verfolgt werden von einer DC-6B, einem der ersten. Die Intended Aircraft, der erste Aircraft Airboarder von North American Aviation, der B-25J Mitchell. Die Intended Aircraft Airboarder von North American Aviation, der Douglas DC-6B. Und er hat einen 2.10 Uhr 4.15 Uhr Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es ist der Weg, ein Volk-Polikation, Luft in Afrika und Ruker, den Bauervereinbarung zu werden, und es wird zu einer Ein-Munifischen-Quin-Chain-Selviertel. 10 Meter hoch von uns, und im Wörterland, und in den Wörterland, und in den Teil des Wörterlandes, das war natürlich auch eine von einer neuen Leistung in Salzburg, die nur von solchen historischen Flugzeugen sammelt, ausstellt, wo er nicht nur einstellender Boden, sondern an den Seen trägt und zenträgende Luft. Das ist ein paar Worte, die wir hier haben. Ein ganz ein Aeroplane, die wir hier haben. Ein paar Cyklons von 2600. Die Trittsage in Untertitelung des ZDF für funk, 2017